Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf das, was in der kommenden Handelswoche ansteht In der Tat, man könnte fast meinen, so wirklich spektakulär wird es ja eigentlich nicht Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland am 3.10., also nächste Woche Donnerstag Feiertag ist Tag der Einheit und infolgedessen es ein freier Tag wird Also das mindestens für Angestellte Aber für uns als Börsenhändler ist das tatsächlich kein freier Tag Also wir dürfen zwar damit rechnen, dass der DAX ein bisschen unspektakulärer sich präsentiert Aber man kann es zwischen den Zeilen aus meiner Aussage jetzt schon schließen Der DAX wird gehandelt Also das bedeutet, wir haben zwar einen Feiertag, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Börse geöffnet ist Das heißt also, es findet Handel statt Und es ist nicht auszuschließen, dass es Volatilität gibt Ich werde jetzt wahrscheinlich meinen Hauptfokus nicht unbedingt auf den DAX legen Sondern größtenteils wie gewohnt auf US-Indizes, aber nichtsdestotrotz im Zusammenhang Oder US-Aktien, querstrich, natürlich ganz wichtig Aber nichtsdestotrotz, ganz kurz zur Information Also für die DAX-Trader unter uns, das könnte durchaus ein bisschen volatiler werden Auch im DAX, der wie gesagt von Montag bis Freitag gehandelt wird Und es gibt keinen Feiertag, wie wir ihn eben als Angestellte dann am Donnerstag vorfinden Als Trader, wie gesagt, und da sind wir selbstständig Da gibt es keinen freien Tag, da gibt es kaum Luft zum Atmen nächste Woche Denn die kommende Woche ist packed Die Agenda ist packed Wir haben diverse Makrodaten, die auf dem Schirm stehen Wir werden gleich einen Blick werfen Zum einen auf den ISM Der wird am Dienstag gleich veröffentlicht ISM für das verarbeitende Gewerbe Vielleicht ist das eine Art Indikation Im Hinblick auf die US-Inflation Im Hinblick auf die Paid Prices Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen Am selben Tag, am Dienstag, werden die Joles veröffentlicht Vielleicht eine Indikation für den US-Arbeitsmarkt Das sind sogenannte Job Vacancies Also das heißt, wie viele Stellen werden ausgeschrieben Darüber hinaus gehen, am Mittwoch haben wir den ADP Am Donnerstag den ISM für den Service-Sektor Das nicht verarbeitende Gewerbe Auch da die Paid Prices vielleicht von Interesse Am Freitag ganz besonders die Non-Farm-Payrolls Wo wir dann die Makro-Front abgefrühstückt haben Kann man es hier im Hintergrund schon sehen Tesla wird auch super spektakulär, denke ich Und super spannend Und da werden wir auch einen detaillierten Blick drauf werfen Die sogenannten Tesla-Deliveries werden am 2. Oktober veröffentlicht Das ist am Mittwoch Dann bereits vorbörstlich Die haben ja im letzten Quartal Also wir erinnern uns dran Anfang Juli Zu einem fast vertikalen Kursanstieg geführt Tatsächlich nochmal eine schon bereits dort entstandene Aufwärtsbewegung Der Oberseite katalysiert Ich bin gar nicht so sicher, ehrlich gesagt Ob die Deliveries so interessant sind Sondern das, was da Delivery-technisch interessant wird Das wird vor allem der Energy-Sektor sein Da werfen wir auch gleich einen Blick drauf Natürlich und mögliche Szenarien, die wir heraus skizzieren können Darüber hinaus gehen Wollen wir einen Blick werfen auf Nvidia Ich finde Nvidia ganz spannend Ehrlich gesprochen ausgehend von einer sehr, sehr interessanten Chart-technischen Konstellation Will nicht ausschließen Dass wir vielleicht noch einen kurzen Flasch auf der Unterseite sehen Aber nichtsdestotrotz Da könnte sich übergeordnet mit Blick Auf die letztwöchigen Hochs Dann in den kommenden Wochen Was ganz Interessantes herauskristallisieren Und ein stark bullisches Bild tatsächlich Sich heraus skizzieren lassen Vorausgesetzt wie gesagt Dass übergeordnet der Modus Einigermaßen positiv bleibt Aber wir treten jetzt mit eben dem vierten Quartal In ein saisonal zumindest bekannt Bullisches saisonales Fenster ein So, bevor ich jetzt immer weiter rede Zunächst der Blick natürlich wie gewohnt auf den Risikohinweis Und dann geht es in die Charts Da machen wir ein bisschen Sinn aus dem Was ich jetzt schon so ein bisschen angerissen habe Also wir betrachten hier gehebelte Finanzprodukte Größtenteils Und es ist egal Ob wir Optionen betrachten Ob wir CFDs betrachten Ob wir Futures betrachten Ob wir uns irgendwelche gehebelten Derivate Anschauen im Hinblick beispielsweise Auf Knockouts oder Optionsscheide Was auch immer du traden möchtest Oder magst Fakt ist Wir haben hier Für uns die Verantwortung Dass wir bitte ein Risikoprofil erstellen Schauen, ob der Handel mit diesen Produkten Sich überhaupt für uns eignet Und dann eben Vielleicht auch einen unabhängigen Finanzberater hinzuziehen Und das mit dem abstimmen Darüber hinausgehend Ganz besonders wichtig Wie auch alle anderen Videos hier in meinem Kanal Bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen Das ist alles rein edukativ Alles rein informativ Du hast natürlich die Möglichkeit Gerne auch Die Fragen unterhalb des Videos In den Kommentarfunktionen zu stellen Auch gerne deine Märkte Die du gerne mal löchtet sehen möchtest Aber bitte wie gesagt Nichts in irgendeiner Form Als Anlageempfehlung missverstehen So und dann geht's in die Charts Und ich fang mal an mit der Makrofront Und dann arbeiten wir uns In Richtung der Einzeltitel Also ganz besonders dann In Richtung Tesla Querstrich Vielleicht auch ein Video Aus technischer Perspektive Vielleicht mal so ein bisschen Im Hinterkopf behalten Beginne aber zunächst einmal Mit der Makroseite Und hier in dem Zusammenhang Ganz besonders mit Silber Also wir werden heute Keinen Blick werfen auf Gold Sondern ich denke Silber Könnte ganz interessant werden Vor dem Hintergrund Der anstehenden Wirtschaftsindikation Die eben in den kommenden Tagen Veröffentlicht werden Ich hatte es gerade eben schon gesagt Ich habe jetzt keinen Sauberen Wirtschaftsdatenkalender So wie in der X-Station Beispielsweise bei XTB Ich empfehle dir In dem Zusammenhang Lade dort gerne eine Demo herunter Und dann hast du den Kalender Sofort entsprechend dort Integriert Innerhalb der Plattform Hast du eine Möglichkeit Einen entsprechenden Blick drauf zu werfen Darüber hinausgehend Wie gesagt In dem Zusammenhang Hier einfach drauf verwiesen Wir haben am Dienstag Den ISM Manufacturing Am Donnerstag den ISM Non Manufacturing Wir haben wie gesagt Und den Manufacturing Den finden wir übrigens hier Bei Trading Economics Als sogenanntes Business Confidence Darüber hinausgehend Haben wir die Jowls Wir haben den ADP Wir haben die Annon von Payrolls Am Freitag Die haben wir hier Da werfen wir einen Blick drauf Wir werden das alles detailliert Im Guten Abend Börse Gemeinsam mit XTB Unter der Woche natürlich Abfrühstücken Ich will es hier an dieser Stelle Nur kurz anreißen Worauf mein Fokus liegt Im Hinblick auf die ISM Zahlen Möchte ich betonen Dass ich mir die Zahlen Als solche gar nicht so sehr anschaue Was mich interessiert Wenn überhaupt Vorausgesetzt da gibt es eine Überraschung Sind die sogenannten Prices Das sind also Eine potenzielle Inflationsindikation Wir hatten das schon mal gezeigt gehabt In dem Zusammenhang Dass es die Möglichkeit besteht Zu sehen Ob wir hier Hinsichtlich Eines steigenden Pay Prices Oder eines fallenden Das ist ein vorlaufender Indikator Man kann sehen Ob die Inflation Infolgedessen Eine Tendenz hat Weiter zu steigen Oder zu fallen Oder wieder anzuziehen Beziehungsweise Vielleicht einen Peak gesehen hat Das war besonders über das Jahr 2022 Natürlich ein Thema Und ausgehend hiervon Dann in dem Zusammenhang Keine weiteren Zinsanhebungsschritte Auf den Weg gebracht werden Die dann wiederum Ein Ende Dieses Bärenmarktes In 2022 einleiteten Und diesem starken Bulvern Über das Jahr 2023 Und jetzt auch über das Jahr 2024 Eben dann An sich darstellten Also Hauptfokus meinerseits ISM Pay Prices Da liegt mein Fokus drauf Auf die schauen wir an der Stelle Ganz kurz Und wir überlagern das Beziehungsweise Wir müssen es nicht überlagen Wir sehen schon eine leichte Tendenz Wir sehen eine leichte Tendenz Hier an dieser Stelle Mit eben einem Uptick An dieser Stelle Seit nunmehr Ja Drei Monaten Ja Seit Juni In etwa Nachdem wir einen Peakout gesehen haben Im April Mit 60,9 Punkten Hier in dieser Konstellation Wenn wir das überlagern Guck mal ganz kurz Wo ist die Funktion dafür gewesen Mir war so Als wenn man Ah da ist Compare Lesen Wer gelesen kann Ist klar im Vorteil US-Inflation Und da schauen wir uns Die Inflationsrate an Und dann sieht man Diese Indikation Relativ gut Also ich mach das mal über die letzten 5 Jahre vielleicht Da kann man es relativ gut erkennen Dass wir Diese blaufarbene Linie Das sind die Paid Prices An dieser Stelle Und die Graufarbene Linie Ist die US-Inflation Wir sehen eben diesen Pickup In der blaufarbene Linie Und dann zeitlich verzögert Setzt die Graufarbene Linie Entsprechend eben An Genauso wie wir dann Diesen Downtick zu sehen bekommen In den Paid Prices Und dann zeitlich verzögert Mit einigen Monaten Die Inflation runterkommen sehen Dann nähern sich diese 2 Linien Entsprechend an Wenn man die überlagert Und jetzt sehen wir an dieser Stelle Wir sehen diesen Downtick 2,5 Aber eben Dieses leicht nach oben weg Driften Dieser Paid Prices Und das ist eben ganz interessant Dieser Abtick hier an der Stelle Wenn sich der fortsetzt Dann würde das In der Konsequenz Nach sich ziehen Dass man Seitens des Marktes Des Terminmarktes Sehr wahrscheinlich darauf spekuliert Okay Wir werden vielleicht Hier auch zeitnah Wieder einen Abtick In der Inflation sehen Was logischerweise In der Konsequenz bedeutet Abtick in der Inflation Die FED wird eventuell Den geldpolitischen Kurs Nicht so expansiv darstellen Wie er am Terminmarkt Gespielt wird Das ist ganz interessant Wenn man sich hier Das FED Watch Tool anschaut Also beispielsweise Kurz einen Blick Gönnt auf den Dezember Beispielsweise Dann stehen wir mit der Erwartungshaltung Bei fast 80% Diese 2 Balken Das soll bei 400 Bis 425 Basispunkten stehen Vielleicht Da fällt mir gerade ein Das mache ich mal ganz kurz Hier einmal auf FOMC Und die Projections Und zwar nicht von 2022 Sondern uns interessiert Das Jahr 2024 Und uns interessiert Der September Das ist 09 Und uns interessiert Der 18 Das war nämlich Der Tag Als die FED Ihr Statement Hier veröffentlicht hat Ihre letzten Economic Projections Da kann man sehen September 18 2024 Und jetzt fangen wir runter Auf den sogenannten Dotplot Und da sehen wir Die Mehrzahl Dieser Punkte Die liegt bei 425 Bedeutet Der Terminmarkt Trotz dessen Dass die FED Es hier sehr deutlich Kommuniziert hat Das sind ja die Stimmberechtigten FED-Mitglieder Dass wir bei 425 bis 450 liegen Im Hinblick auf den Leitzins Ende des Jahres 2024 Trotzdem Sagt der Terminmarkt Mit fast 80%iger Wahrscheinlichkeit Ne Wir sind bei 400 bis 425 Also die gehen nochmal 25 Basispunkte drunter Oder um es ganz konkret Zu formulieren Da gibt es nochmal Einen sogenannten Jumbo Rate Cut In der Größenordnung Von 50 Basispunkten Und 25 Basispunkte Nochmal in Ergänzung dazu Und jetzt ist die Sache jene Zurück kommt wie gesagt Auf die Pay Prices Ganz besonders auf den ISM Wenn es hier diesen Uptick gibt Die Pay Prices Also sich auf der Oberseite Präsentieren Dann könnte das bedeuten Dass der Terminmarkt Zu einer Re-Adjustierung Ansetzt Und entsprechend hier Diese linken Balken Nach rechts wandern Also sammerten sich In Richtung dieser Economic Projections Dessen was die FED Kommuniziert hat Innerhalb ihres Statements Entsprechend annähert Was ja Kendenziell Eher restriktiver wäre Als das was der Terminmarkt Gerade einspielt Was wiederum Gemeinhin bekannt sein sollte Als eher Bullish für den US-Dollar Querstrich Eher bearish für Silber Oder auch Eher bearish Für beispielsweise Equities Also Qs Nasdaq Querstrich Den S&P 500 Beispielsweise Querstrich Den ETF Auf den S&P 500 Den Spider So Bedeutet also Etwas anders formuliert Das wird das sein Was den Markt interessiert Also beziehungsweise Das worauf ich achte Mal schauen ob der Markt Überhaupt darauf reagiert Das ist natürlich die Grundfrage Aber Fakt ist auf jeden Fall Dass da mein Fokus drauf liegt Und dann schauen wir einfach mal In welche Richtung Wir uns hier entsprechend präsentieren Sollten wir Diesen Uptick Nicht zu sehen bekommen Sondern eher Diese Paid Prices Wieder in Richtung Des Vormonats Laufen sehen Oder Einen Print Zu sehen bekommen Der unterhalb Dessen reinkommt Was der Markt Erwartet Oder im Vormonat Zu sehen bekommen hat Also zurück auf die ISM Manufacturing Prices Der lag vorher bei 54 Kommt jetzt rein bei 53,5 Beispielsweise Dann wäre das ein Grund Eher Bullish zu sein Und jetzt schließen wir Den Kreis zu Silber Warum wäre das interessant Nun man schaue sich mal Die jüngste Price Action an Die wir hier zu sehen Bekommen haben Im Vergleich zu Gold Gold hatte Ganz kurz hier einmal Auf der Stunde Gold hatte Einen ultra starken Lauf Nach dem Breakout Über die 2,530 Wir hatten das ja auch Als Trade abgebildet Gab beispielsweise Ich hatte das thematisiert Das ist in etwa Anfang Mitte September Hier gewesen Das war einer meiner Profitabelsten Trails Unter dem Monat Den ich abgesetzt habe Und wir haben Weiteres Momentum Auf der Oberseite gesehen Dann auch folgend Auf die FED Trotz des Umstandes Dass das ja nicht So expansiv war Wie man es hätte erwarten können Also Gold hat Einen Run-Up Schon zu sehen bekommen Silber Ja auch Ein Uptick Der ist unweigerlich erkennbar Aber auf neue Jahreshochs Oder Geallzeithochs Davon sind wir aktuell Noch sehr sehr weit entfernt Aber wir sind in den Bereich Der Jahreshochs vorgestoßen Marginal drüber gestochen Und halten aktuell Unterhalb Über den Daumen gepeilt 32,20 32,30 32,50 You name it Also es ist eine Region Einfach auf der Oberseite Und genau da liegt mein Fokus drauf Sollten wir Auf diesen Print Jetzt ISM Oder Aber auch darüber hinausgehend Joel's Querstrich Die wird mit den ISM veröffentlicht Wahrscheinlich liegt der Fokus Er auf dem ISM Am Mittwoch dann ADP Am Donnerstag ISM Service Oder am Freitag Non-Farm-Payrolls Sollten wir in Folge dessen Über die 32,50 Gehen auf der Oberseite Würde ich das als stark bullisches Signal Interpretieren Welches Ein Follow-Through nach sich ziehen sollte Der uns in die höheren 30 Führen dürfte Also das dürfte ein stark bullischer Trigger sein Auf der Kehrseite Alternativ Wir sehen vielleicht nochmal Einen kurzen Spike Auf der Oberseite Werden dann aber abverkauft Und sehen nochmal Einen Rücklauf In Richtung der 30er Region Eventuell Bleibt so ein bisschen abzuwarten Man sollte es auf jeden Fall Auf der Watchlist haben Ich glaube Das wird das Macro-Play Der kommenden Woche Silber Fokus Und hier die 32,30 32,40 32,50 So diesen Bereich Einfach um die Jahreshochspie mal Daumen Wo ich einen näheren Blick Drauf werfen würde Darüber hinausgehend Natürlich Macro-Plays Da macht es durchaus Sinn Von dem Hintergrund Dass jetzt Quartalsschluss ist Querstrich auch die Earnings Der Earningskalender Sich entsprechend dünn darstellt Ich brauche den gar nicht aufmachen Das ist albern Kannst du bei mir im Twitter-Feed Über X kannst du das beispielsweise sehen Wir haben einzig und allein vielleicht Nike Was interessant sein könnte Aber das ist nicht wirklich marktbewegend Oder in dem Fall für Macro-Plays In irgendeiner Form relevant Deswegen werfen wir da heute gar keinen Blick drauf Wir schauen mal ganz kurz hier Auf die Queues Und ich mache mal hier den 30-Minuten-Chart auf Weil wir ja einen Handel haben Von 15,30 Uhr Bis 22 Uhr Und somit diese halbe Stunde Eine entsprechende Auswirkung hat Wir werden uns deswegen die Stunde nicht anschauen Also Was wir hier ganz interessanterweise sehen Ist Anders als im Spider Wo wir im Bereich um die Hier Allzeithochs konsolidieren Also weiterhin eine echt starke Tendenz haben Aber dennoch Meiner Einschätzung nach Recht überdehnt Und uns darstellen Auf der Oberseite Und vielleicht Vielleicht eine Möglichkeit sehen Oder beziehungsweise Ich ankere mal hier Auf die FED Hier Zack Das war der FED-Tag An dieser Stelle Zack 21.30 Uhr Beziehungsweise nicht ganz sauber Ich mache mal wirklich 20 Uhr So Kommt hier in etwa So um 5,68 Kommt dieser Geankerte Blumenwichtete Durchschnittspreis rein 5-Tage-Linie Das ist die in blau gehaltene Linie Und im Bereich eben um die Allzeithochs handeln Ähnliche Konstellationen in den Queues Aber mit einem tieferen Hoch Da sind wir nicht in Richtung Der Allzeithochs gelaufen Und das finde ich jetzt ganz spannend Weil Irgendwie Man hat Also ich bin nicht short Nicht, dass wir uns missverstehen Aber es ist zumindest mal so Dass ich irgendwie das Gefühl habe Wir könnten Nochmal vor einem möglichen Sogenannten Washout Auf der Unterseite mindestens stehen Die Attacke bis dato jedenfalls Noch scheint sie nicht wirklich wahrscheinlich zu sein Dass wir hier auf die FED-Teams gehen Aber Was nicht ist Könnte noch werden Müsste man abwarten Fakt ist auf jeden Fall Es sieht mir zunehmend danach aus Als wenn wir Eher nochmal einen kleinen Versuch Auf der Unterseite starten Was korrespondieren würde Mit der Überlegung Dass es eben Diesen leichten Abtick Vielleicht in den Pay Prices gibt Was wiederum eigentlich Nicht bullisch für Silber wäre Das wäre ganz interessant Wenn wir diesen Abtick zu sehen bekommen Der eigentlich gegen einen Geldpolitisch expansiveren Kurs Der FED spricht Oder den Den der Terminmarkt Sowieso schon bereits erwartet Wir dann aber dennoch Den Break auf der Oberseite sehen Das wäre vielleicht sogar etwas Da könnte man sagen Das ist relative Stärke Aber Schauen wir Wie es kommt Fakt ist auf jeden Fall Einmal Was wir hier in den Queues sehen Ist so ein bisschen Tricky In Anführungsstrichen So würde ich es mal sagen Denkbar Dass wir kurz unter Die 5-Tage-Linie gehen Vielleicht nochmal Einen Retest sehen Hier dieses Auf die FED Geankerten Volumengewichteten Durchschnittspreises Also dieser Violettfarbenen Linie Also dass wir hier Solch einen Solch einen kurzen Wenn wir es mal Flasch zu sehen bekommen Dann ist so ein bisschen Die Frage Sehen wir von hier Ein Halten oberhalb Und wieder Aufschläge Oder beginnen wir hier Eine Sequenz Fallende Hochfallende Tiefs auszubilden Wenn wir fallende Tiefs ausbilden Und unter den FED Ankert WeWop fallen Dann wäre nicht Auszuschließen Dass wir nochmal Uns diese Region Um 4,70 Anschauten In den kommenden Tagen Kommenden Wochen Eventuell Alternativ Halten wir hier An dieser Stelle Drehen auf Und machen dann Ein höheres Tief Mit einem Halten Oberhalb des WeWops Eine Attacke auf Und dann von dort Eben weitere Aufschläge Die uns Nochmal in Richtung Der Allzeithochstern Im 4. Quartal führen Das ist nicht unbedingt Ausgeschlossen Dass wir solche Szenario auszusehen bekommen Wenn wir hier jetzt Ein Washout sehen Auf der Unterseite Aber es würde Wahrscheinlicher sein Wir würden es zu sehen Bekommen Als wenn wir hier nochmal Ein kurzes Einknicken Bis in Gefilde Um die 4,70 Zu sehen bekämen Wie gesagt Müssen wir so ein bisschen Abwarten Das Zünglein an der Waage Für solch eine Überlegung Also sowohl Ein Halten Oder beziehungsweise Eine Attacke Erstmal auf der Unterseite Das Zünglein an der Waage Hierfür meiner Einschätzung nach Durchaus Erwähnenswert Nvidia Und hier kannst du schon Was erkennen Das finde ich ganz spannend Ehrlich gesagt Man Ich finde insgesamt Macht Nvidia Einen extrem starken Eindruck Also ich hatte Auf diese Entwicklung Die wir jetzt in der letzten Woche zu sehen bekommen haben Das war ja Mein Haupttrade eigentlich Der Woche Also viele Trades Habe ich unter der Woche Nicht machen können Ich war einfach Anlaufweitig beschäftigt Aber wir haben Eine sehr sehr spannende Reaktion gesehen Auf diese Meldung Also das ist überhaupt Reaktion gab Fand ich schon erstaunlich Dass Jensen Wang Der CEO Fertig ist mit seinen Verkäufen Von Nvidia Aktien Warum er es tut Bestimmt nicht Weil die Aktie heiß gelaufen ist Sondern eher Weil auch er Steuern zu zahlen hat Beispielsweise Ist mir auch völlig egal Warum er es hat Fakt ist Es ist lange lange Zeit bekannt Wenn ein Insider Solch einen Verkauf Initiiert Muss er das vorher ankündigen Also das läuft nicht einfach Wir verkaufen ein paar Aktien Und dann ist schon gut Und irgendwann melden wir das mal Sondern das muss entsprechend Innerhalb eines entsprechenden Plans Auch dargelegt werden Dass man plant als Insider Und aus welchen Gründen Beziehungsweise Aus welchen Gründen Wird man jetzt nicht sagen müssen Aber zumindestens mal Dass man plant Aktien zu verkaufen Damit dann entsprechend Aktionäre Wissen Darüber ins Bild gesetzt sind Und das ist spannend Wie gesagt Wir sehen darauf Weil ob trotz des Umstandes Dass es schon Monate bekannt ist Sehen wir eben hier Eine bullische Reaktion Initial Einen Hold Und dann eine Attacke Auf der Oberseite Die Region Nur um 128 Kam jetzt wieder so ein bisschen rein Ich habe also Mein Trade gegeben Schon Am Mittwoch Also immer im Laufe Des Handelstages Dann auf die Micron Earnings Oder in die Earnings Wollte ich tatsächlich Dann keine Position haben Die Price Action war auch Nicht mehr sehr vielversprechend Wir haben kein Follow-through gesehen Ganz interessant vielleicht auch Spricht eher dafür Dass Micron vielleicht Dafür steht Nochmal einen Rücksetzer zu sehen Trotz dieser starken Guidance auch Die man hier gegeben hat Aber kommen wir zurück Zu auf NVIDIA Also das Spannende Was ich jetzt hier sehe Meiner Einschätzung nach Ist wir haben übergeordnet Eine Konstellation Die eher für einen Bullischen Breakout spricht Also ich hatte das Als Dreieck eingezeichnet Der Brian Shannon Sprach hier von der Inverted Also einer Inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation Wie man diese Überobere Dreiecksbegrenzung In meinem Fall Interpretieren könnte Und dahingehend Habe ich mein Bild Erweitert Also das ist das Was ihr aus meinen Charts Kennt Von XTV Und das ist eben hier Diese Betrachtung Nur mit der oberen Linie Die eben an der Stelle Der Brian Shannon Von Alpha Trends Thematisiert hatte Und ich muss ganz ehrlich Gestehen Vor dem Hintergrund Dieser bullischen Interpretation Dieser Reaktion Auf das Was eben Jensen Wang Dort angekündigt hat Und wie der Markt Darauf reagiert hat Gefällt mir dieses Bullische Szenario Gut Also es ist ein Interessantes Szenario Was ich auch im Hinterkopf Habe für eventuell Nochmal eine Position Nicht unbedingt als Investment Aber vielleicht als Ein Trade über mehrere Monate Weil ich könnte mir Nämlich vorstellen Dass wenn es Früher oder später Zu einem Break Dieser inverted Head-Shoulder-Formation Kommt Also diese Invertierten Schulter-Kopf-Schulter-Formation Das ist dann An der Stelle Zügig für neue Allzeithoß reicht Und darüber hinaus Gehend auch noch Also projiziertes Kursziel Liegt wirklich Deutlich höher Aus den aktuellen Gefilden Also bedeutet von hier Projiziert Ganz grob Projiziertes Kursziel Zack An der Stelle Wenn wir den Hoppala Da oben dran setzen Dann sind wir Schon fast in Gefilde Um 200 Also das ist jetzt auch Kein Ziel Was wir für wenige Wochen Irgendwie Naja Nicht ganz 200 Das ist ein bisschen Übertrieben Aber 160 170 Auf der Oberseite Das ist auch etwas Was wir über mehrere Wochen Wahrscheinlich dann Etablieren würden Aber was nicht Unwahrscheinlich scheint Was mir ganz interessant scheint Und was wie gesagt Ein Swing Trade Für ein paar Wochen Vielleicht sogar Nach sich ziehen könnte Was man als Gedanke Formulieren könnte Was aber voraussetzt Dass wir wie gesagt Über in dem Fall Hier die 127 128 brechen Nichtsdestotrotz Ich glaube nicht Dass es so Straight away läuft Sondern dass wir Vorher nochmal Eine Art Vielleicht Digestion Zu sehen bekommen Beziehungsweise hier Vielleicht sogar nochmal Einen kurzen Test Dieser Region Um die 115 Zu sehen bekommen Und dann von hier Vielleicht anfangen nochmal ein bisschen Enger zu werden Im Laufe der nächsten Tage, Wochen Und dann ausgehend Hiervon dann Irgendwann So eine Vorbereitung Treffen Ausgehend von welcher Solch ein Break Höher stattfindet Wie gesagt Müssen wir mal gucken Ob es so käme Aber Solch ein Szenario Wo wir erst nochmal Die 115 Anliefen Die violette Linie kommt übrigens Hier geankert Auf diesen Washout Folgend Auf die Turbulenzen In Japan Und diesen Mini Crash Nennen wir es mal so Den wir Anfang August zu sehen Bekommen haben Da kommt dieser Volumengewichtete Durchschnittspreis her Ich will nicht ausschließen Dass wir nochmal So etwa die 115 Vielleicht anlaufen Und vor dem Hintergrund Des Gewichts Von Nvidia In den Queues Wiederum Also im Nasdaq Ist genau solch Ein Rücksetzer Szenario Eben eines Welches hier auch nochmal die Shortseite begünstigt Das sollte man hier So ein bisschen Meiner Einschätzung nach Im Hinterkopf haben Alles weitere Im Discord Chat Glaube ich hier Zwecks Nvidia Wer dazu ein Gedanke hat Gerne mal eure Einschätzung Diesbezüglich posten Ausgehend von den Gedanken Die ich jetzt hier Zum Besten gegeben habe Und so Dann haben wir final Natürlich noch einen Blick Darauf zu werfen Auf Tesla Und das was wir Wo wir hier stehen Im Hinblick Eben auf die Auf die Deliveries Die am Mittwoch Vorbörslich veröffentlicht werden Ganz kurz Szenario So wie wir es skizziert hatten Ist so eingetreten Also wir haben tatsächlich Dieses Earnings Gap geschlossen Und wir sind bis in Gefilde Um 2,60 vorgestoßen Das war ja 2,65 glaube ich Hatte ich als aggressives Kursziel gegeben Das hatte ich als mögliches Anzuvisierendes Ziel In Vorwegnahme Der Deliveries Durchaus auf der Oberseite Ausgegeben Und jetzt Heißt es so ein bisschen Abwarten Mal gucken Was kommt Wie es kommt Fakt ist auf jeden Fall Mit Blick auf das Robotaxi Event Ist es vielleicht sogar Nur ein untergeordneter Katalysator Für erhöhte Volatilität Aber in Erinnerung An das Was wir hier zu sehen Bekommen haben Anfang Juli Dennoch Wichtig im Hinterkopf Zu behalten Ja Dieses Robotaxi Event Könnte ein iPhone Moment Werden in Anführungsstrichen Das ist nächste Woche Also übernächste Woche Donnerstag Dann am 10.10. Aber im Hinblick Hier auf Tesla Und diese Deliveries Ist es eben so Dass wir im Hinterkopf Haben sollten Es geht vielleicht gar nicht Um die ausgelieferten Fahrzeuge Sondern vielmehr Um den Bereich Tesla Energy Der hier Meiner Einschätzung nach Immer noch Diesen Push Auf der Oberseite Nach sich gezogen hat Und auf den es Entsprechend zu achten gilt Ganz kurz einmal Auf die Tesla Deliveries Ich habe hier vom Investors Business Daily Habe ich eine schöne Zusammenfassung denke ich An dieser Stelle Die Schätzung von Beispielsweise Troy Tesla Heißt der bei X Querstrich Twitter Die finale Schätzung Wird er auf Twitter Einstellen Morgen im Laufe des Tages Soweit ich weiß Also ich glaube zum 30.09. Wenn ich das richtig gelesen habe Aber hier für unsere Zwecke Reicht es schon Im Hinblick eben Auf die Deliveries An dieser Stelle Mal ganz kurz hier Pause machen Damit wir nicht Im Bild fahren So Also Stick to previous Blablabla Aktuell Ist der Konsens Liegt bei 462.000 Ausgelieferter Fahrzeuge Das sind 6% Gegenüber Q3 2023 Wachstum Und das ist Mit Blick eben Auf diese Deliveries Das beste Quartal Was sich abzeichnet Was Tesla jemals Mit ausgelieferten Teslas erreichen würde Hinter den 466.000 Die im Moment Q2 23 Ausgeliefert worden sind Und dem Rekord In Q4 2023 Also man sieht Wir kommen Jetzt so ein bisschen So Wieder in Fahrt In Anführungsstrichen Aber Wir toppen Gegen diese Hochs Wie wir als Rekorder Ausgebildet haben So ein bisschen Aus Ich glaube auch Es ist nachvollziehbar Wie gesagt Nachfrage nach Fahrzeugen Generell Ob es jetzt E-Fahrzeuge sind Ob es Tesla sind Wir sehen Wir sehen ja Auch von dem Hintergrund Der Berichterstattung In Deutschland Beispielsweise Dass offensichtlich Dieser Bereich Nicht sonderlich Stark läuft Also Automobilbranche Aktuell Und das sich Entsprechend auch Bemerkbar macht Dann im Hinblick Beispielsweise Deutschlandweit Oder deutschlandbezogen Besonders Wo eben der Automobilsektor Eine wichtige Rolle Spielt Und dass wir Eben entsprechend Beispielsweise Werksschließungen Sehen Oder Beziehungsweise Entlassungswellen Die eben Autohersteller treffen Sei es auch drum Wie gesagt Ich glaube nicht Dass das der Hauptfokus ist Im Hinblick Wie gesagt Auf diese Erwartung Das ist schon Ordentlich Ehrlich gesprochen Ich denke immer noch Dass das ein Indiz Dafür ist Dass Tesla E-Autos Immer noch sehr Sehr stark Nachgefragt werden Aber nochmal Der Hauptfokus Meiner Einschätzung nach Liegt vielmehr Auf dem Energy Deployment Bereich Und in dem Zusammenhang Möchte ich nochmal Ganz kurz Den Tweet Hervorholen Hier von Sawyer Merritt Den ich übrigens Empfehlen würde Zu folgen Also ihr seht Da wäre ich nicht Der einzige 773 737.000 Folgen ihm auch schon Ist an der Stelle Eben wie gesagt Der Ja es ist Wie eine Art Sprachrohr So eine Art PR Fast schon PR-Agentur In Anführungsstrichen Für Tesla An der Stelle Kriegt das Aber ich glaube ich Nicht finanziert Also sei es doch drum Völlig egal Fakt ist auf jeden Fall Dem würde ich folgen Im Hinblick auch Auf die Deliveries Um dann Sofort zügig Up to date zu sein Und was er eben Hier herausstellt ist Tesla Reportet Also das ist vom 2. Juli 9,4 Gigawattstunden Auf Quartalsbasis Ausgeliefert Ausgelieferte Gigawattstunden Also Deliveries Im Hinblick auf den Bereich Tesla Energy Und er stellt hier Was ganz wichtiges Heraus Und zwar nämlich Dass wir ein Quartalswachstum sehen Von 132% Ich gucke mal ganz kurz Ob wir auch Moment Ne Da steht es nicht Aber in Bezug auf Das Vorjahr War das Jetzt schon bereits Also im Vergleich Zum ersten Quartal Wachstum um 132% Fürs Vorjahr Hat man damit Schon das gesamte Jahr im Hinblick Auf den Bereich Tesla Energy Übertroffen Ich glaube Um 150% Guck mal ganz kurz Ob wir hier noch Eine Zack Ob ich hier noch Das entsprechende Moment Tuesdays Big Breaking Guck mal ganz kurz Ist es hier Ist es der hier Guck mal ganz kurz Ob das der Tweet war Sei es auch drum Also Fakt ist auf jeden Fall Ne Ist es nicht Ist egal Ich hatte das Ich hatte das auf jeden Fall Nochmal verlinkt gehabt In einem Artikel Den ich für XDB Vor einigen Wochen Eingestellt hatte Also findet ihr auf der Website XDB.com Slash.de Worum es mir hauptsächlich geht Ist er an der Stelle Wichtig Nämlich Dass wir im Das ist nicht ganz der Ne Das ist der richtige Das ist der falsche Das ist meine Meine Mein Backend In Anführungsstrichen Also sei es drum Ist auch egal Fakt ist auf jeden Fall Sollten wir Jetzt weiter Starkes Wachstum sehen Und das ist das Im Kern um was es hier geht Auf dem Bereich Tesla Energy Im Hinblick auf die Deliveries Sollte sich dieses Wachstum fortschreiben Vor dem Hintergrund Dass wir aktuell Noch keine Noch keine Daten Querstrich Noch keine Deliveries In Anführungsstrichen Zu sehen bekommen Aus der Sogenannten Also es ist keine Gigafactory Es ist eine Megafactory Im Hinblick eben Auf die ausgelieferten Megawattstunden Shanghai Die geplant ist Ans Netz zu gehen In Anführungsstrichen Am Q1 Q2 2025 Sich das Wachstum Jetzt schon Durch die Daten Aus Leftdrop Entsprechend weiter Stark beschleunigend zeigt Vor dem Hintergrund Der großen Gewinnmargen Die dieser Bereich Für Tesla bedeutet Könnte das Dazu führen Dass wir nochmal Einen Push Auf der Oberseite Eine deutliche Beschleunigung Sehen Die uns eventuell Sogar Kurstechnisch Fast schon Gefilde Bis 300 Dollar Führt Setzt natürlich voraus Dass der Übergang Und der Markt Stabil bleibt Aber dass wir Hier vor einem Substantiellen Break höher Stünden Über diese Widerstandsregion Um etwa 265 275 Pi mal Daumen In diese Gefilde Der 2023er Jahreshochst Liefen Eventuell sogar Drüber schließen Bis 310 Infolge eben Einer solchen Beschleunigung Auf der Oberseite Im Hinblick Auf die Erwartung Dass dieser Boost Im Hinblick Tesla Energy Positiv sich auswirkt Auf den Revenue Und infolgedessen Auf den Gewinn Pro Aktie Der dann wiederum Folgerichtig Mit der Zeit Positiv durchschlägt Auf den Aktienkurs Von Tesla Also ich glaube Das ist eigentlich Viel wichtiger Im Hinblick Auf diese Deliveries Wie gesagt Ich gehe davon aus Dass die Zahlen Um 460 465 Schon ausreichend Optimismus Triggern könnten Weil Tesla Da immer noch Relativ stark Performt Aber der Bereich Tesla Energy Das ist halt Der Bereich Der hier Im Mittelpunkt Des Geschehens Einfach steht Und wenn sich hier Weiter starkes Wachstum Herauskristallisiert Wovon sehr stark Auszugehen ist Ist das Meiner Einschätzung Nach ein Grund Nochmal Einen bullischen Case für Tesla Zu skizzieren Der uns realistisch Sogar Schon in den kommenden Tagen Selbst wenn Überordnet Wind reinkäme Mit Anführungsstichen Gegenwind Eben weil wir In den Queues Zum Beispiel Nochmal kurz Zum Washout Auf der Unterseite Sehen Oder dergleichen Dass wir dann Sogar uns Abkoppeln Von dieser Entwicklung Und eher Ein eigenes Spiel spielen In Tesla Mit einer Beschleunigung Auf der Oberseite Also es gibt hier Eher ein bullisches Bild Wenn die Zahlen Enttäuschen Auf der Kehrseite Besonders der Bereich Tesla Energy Nicht in der Lage Ist zu überzeugen Naja Dann haben wir Eventuell sogar Ein Grund Nochmal Einen schärferen Push tiefer zu sehen Bisschen gefilter 230 235 Vielleicht auf der Unterseite Müsste man mal schauen Aber aktuell Natürlich Wenn man mich fragt Ich muss immer Full Disclaimer Natürlich geben Ich als Tesla Investor Ich werde natürlich Einen bullischen Case kreieren Sonst wäre ich die Aktie Ja nicht long Aber ich habe Einen recht grundsätzlich Bullischen Tendenz Und gehe davon aus Dass wir eine realistische Chance Haben Auf neue Jahreshofs Also über die 270 Zu brechen Mit den Deliveries Besonders wenn der Überwand und Markt Sogar stabil bliebe An dieser Stelle Und besonders wenn eben Der Bereich Tesla Energy In der Lage ist zu überzeugen Habt das auf jeden Fall Im Hinterkopf Also Mittwoch Vorbörslich Tesla Tesla wird also unser Play sein Und wir werden es natürlich Dann entsprechend auch Skizzieren Einmal im Wall Street Ausblick Logischerweise Auch in unserem Discord Chat Logischerweise Und darüber hinaus Gehen werde ich es auch Einen guten Abend Börsern Wir sagten Tag Eben zum Thema machen Macht aber erstmal Euer eigenes Bild Der natürlich Skizziert ist Und so Sonst die Makrodaten Haben wir abgefrühstückt Wie gesagt Silber könnte ganz interessant sein Habt ein Video So ein bisschen im Hinterkopf Noch nicht jetzt Zwangsläufig Könnt ihr durchaus Nochmal ein kleiner Flush geben Auf der Unterseite Aber sobald wir Über die 127 gehen Vor dem Hintergrund Dieser inverted Head Shoulder Formation Also diese invertierte Könnte das ganz spannend werden Ehrlich gesagt Auch für den Push höher Der dann auch für den Breiten Markt Ausgehend von der Hohen Marktkapitalisierung Eben für die Queues in dem Fall Eben positiv sich auswirkt Soweit meinerseits Happy Trading Schönes Restwochenende Wir hören einander Dann morgen Im guten Abend Börse Gemeinsam mit XDB Würde mich freuen Wenn ihr reinschaltet Lasst gerne ein Like hier Abonniert gerne den Kanal Wenn euch das Video gefallen hat Gerne schaut im Discord Chat vorbei Für einen Austausch miteinander Untereinander Und Soweit meinerseits Also Schönes Restwochenende Habt euch wohl Macht's gut Bis dann Und tschüss Bis dann 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 Vielen Dank.